Vor rund 35 Jahren wurde in Berlin der erste Döner serviert. Seitdem hat das Fleisch am dreienden Spiess die Welt erobert. Wir haben Poulet und Kalbfleisch, Sausage, Gewürze, Salz, Pfeffer und Oregano. Ich finde, mit Mehl alles gemischt. Wenn das in einem Tag drin geblieben ist, dann ist es schön und weich. Und danach in Spitzen gebaut. Wir sind hier in Rönergarage. Der Rönergarage war ein Freund. Ich bin ein Freund von Seringer, Ich bin ein Freund von 70.000 Franken, der 30.000 Franken sind würde. Ich will nur die Da muss man einen Freundshaben verbracht, auf der 30.000 verl cream. Ich habe das mit dem 40.000 verlaten. Ich sagte он nicht, ich bin 35.000 verlaten. Ich habe das Jahr oder Jahrzeuern, jetzt habe ich ihn vom Zeiss und ich kann. Ich habe das Getürfe von Seringer und ich hatte daran, Einmaler Diktit. Öldü. Halıydı burası. Önce halıydı. Halıyla olur mu dedim? Olur dedi. Ondan sonra bir hafta sonra geldi. Yok dedi halıyla olmayacak. Üzerine muşamba yap dedi. Bu altımızdaki naylondan. Bunu yaptık. Bu sefer de kadınların sivri topuklu ayakkabıları barınca içeriye götürdü. Hayır bunu da değiştireceksin. Fayans yapacaksın. İki hafta içerisinde. İki hafta içerisinde. Bir sefer ... ... ... ... ... ... ... Mittlerweile sind diese Startschwierigkeiten jedoch längst Geschichte. Klar ist, dass ein wahrhafter Töner-Imbiss-Boom ausgebrochen ist. Und das alles Helal. Rituell geschächtet. Auf Wiedersehen. Guten Appetit.